Wo kann man Informationen kriegen über das Studium? Auf dem Deutsch-Niederländischen Hochschultag online. Dort finden erstmal alle grundlegenden Vorträge statt. Fünf Tipps zum Studieren, wie finanziere ich das Studium, dann auch so spezielle Sachen, wie finde ich einen Medizinstudienplatz, wie finde ich einen Psychologiestudienplatz, also ganz interessante Sachen. Am 7. November zwischen 10 und 14 Uhr. Alle Infos auf der Webseite www.eures-hochschultag.de und ihr findet dort auch verschiedene Hochschulen, wie die Westfälische Hochschule. Die Westfälische Hochschule hat drei Standorte, Gelsenkirchen, Bocholt und Recklinghausen und hat ganz interessante Studiengänge, wie Journalismus oder wie manchmal auch Maschinenbau, Informatik, Mechatronik, Medizintechnik. Alle Informationen an einem Tag auf der Webseite der www.eures-hochschultag werden hochgeladen am 7. November. Schaut es euch an.